Oh, Matrix? Wirklich? Ist das das Ende? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Ich hab grad mal zwei Kapitel oder so gemacht, oder nicht mal. Irgendwer packt da mit seinem Stab. Ich bin das. Das bist du. Das bist du. Disco-Party, yeah! Also dein Rumzitter irritiert mich irgendwie total. Ja, irgendwie echt. Weißt du, was ich viel schlimmer finde? Vor mir schwebt dieser Schädel. Deswegen sieht es so aus, als wäre ich das. Das stimmt. Ja. Ich hab mich schon gewundert, was das ist. So ein hübsches Gesicht, Alex. Ja, frisch eingecremt. Nivea dran schuld. Also ich find, ich mach noch die beste Figur. Das stimmt, ja. Ach, das Kleid lässt dich wie fett aussehen. Dafür muss man sagen, der Schinken in deiner Hand lässt dich wieder dünn aussehen. Gute Kombi. Hat der Wichser gesagt? Nee, Fixer. Wie lange redet er denn eigentlich? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Soll ich es überspringen? Halt die Fresse mit Hatzhass. Nein, nein, nein. Vielleicht will doch jemand die Story wissen. Jetzt hat er wirklich die Fresse gehalten. Jetzt weiter gleich wieder. Ja, er hat Buntstifte mitgebracht. Oh. Oh, guck mal. Er hat sogar eine Bastelschere, damit er sich nicht in die Hand schneidet. Ist das süß. Was soll uns das sagen? Kann das mal jemand übersetzen? Ich kann kein Schwedisch. Das ist schon ganz verwirrt. Ich zeichne nicht Schwedisch. Kann das mal jemand übersetzen? Das ist eine Bauanleitung. Ach, das ist dieses Kind, das wir suchen sollen, oder? Bestimmt, dass wir das Kind noch suchen? Wir sollen doch ein Kind suchen, oder? Das ist doch das Kind. Ja, genau, genau. Ja, das hat gerade so bruselig geleuchtet. Ich habe Angst. Also die blauen Augen sind nicht weniger schlimm. Oh, 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 oh. Oh, holy shit. Ich sehe da gerade mehr Elemente. Haben will, haben will, haben will, haben will, haben will. Weißt du, die Golems, die wir beschworen haben im ersten Teil? Oh mein Gott. Oh. Die Bodekugel ist die geilste da. Gift finde ich auch nicht gut, oder Sarans Auge finde ich auch schlecht. Ich stelle mir gerade die Bodekugel vor. Wui. Strike. Das war irgendwie episch, glaube ich. Wächter, Tod, Fokusregeneration und Vanirrobe grün. Warum kriegst du das immer schneller als ich? Steht unten. Du guckst unten. Ja. Ich, äh, das ist auch erst durchgecheckt. Fail. Ein Jahr später. Ernsthaft? Wir sind also, in ein Jahr leben wir jetzt in der, in der Bowlingkugel von diesem Kind. Flatt blutet. Wir einfach in jedem Screen, wo ein Käse versteckt ist. Würde mich echt nicht wundern, wenn da irgendwie kommt, die, das wird gepräsentiert von Scherdinger oder so, so eine Käsesorte. Das ist Schleichwerbung, dass wir unterschiedlich Lust auf Käse bekommen. Ja, ja, ja. Und auf Kettensägen. Was? Flatt ist so dämlich. Ich hab's gleich am Anfang schon gesehen. Was? Na, die Kugel, die er gerade geklaut hat. Wo wir drin sind. Ach so. Die Wundertüte. Hol den Kugel. Wirklich? Es gibt Flatt mit so einer großen, mit so einem Formfinger. Das ist ja geil. Hast du noch nicht gesehen? Nee. Ich hab mir nur den Haken oder die blutende Hand gehabt. Captain Hook. Form. Ich hab' gar gefragt, wer der vierte ist, aber dann fühl's mir auch. Wer ist denn der vierte? Ach so, der Zauberer. Ja. Nein, es hat mich wieder irgendjemanden Controller getrückt vorhin. Ja. Wie der blunder Leer serve der Nostrir. Melever dei studentig. Je Bonke. Ja. Unbezahlter Urlaub. Ja, ja. 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 Poof. Der Heim sieht so geil aus von dir, Alex. Hat der Lumi da gesagt? Ich glaube, er hat es auf dich abgesehen, Lumi. Stehst du auf Vampire? Vlad ist doch kein Vampir. Vlad ist ein Man-Pier. Dunkelpipsi, der Alve postet, Alphaholt. Alphaholt. Ach so. Spatzenfinde. Alles klar. Spatzenfinde, weil es heißt überweilt. Wie wir uns zur Gegend ansehen. What the fuck, hat er gerade gesagt? Und ist nichts, kommt ihr? Was ist Feuer? Jetzt ist doch nichts. Wir sind in einem schönen Wald los, verbrennt ihn. Und dann nach... Und Valvo, mach gleich mit, du bist so ein Mitteläufer. Guck mal, hier ist einer, hier ist einer. Gibt ja gleich einen Mitteläufer. Preislauf des Lebens, aha. Eins von vier. Er von Ameisenhügel. Oh mein Gott, was bist du denn? Äh, Pilze. Ich hasse Pilze. Was war denn das gerade, Alex? Was denn? Das sah gerade so geil aus, was du gezaubert hast. Oh. Oh toll. Ich hab das gezaubert. Was ist das? Stein. Preislauf des Lebens und so, ne? Okay. Wie geil. Oh, danke schön. Ich das? So, lass uns weitergehen. Ich verrutsch da noch mal. Oh Gott. Bäume. Feuer. Ich bin schon wieder tot. Das klingt doch da. Ich bin von Bäumen verfolgt worden. Ich wollte mich schon wiederbeleben. Merci. Und was hast du so im Wochenende gemacht? Auch gegen Bäume gekämpft. Find's geil, wie da geht's um Bäume und wir instinktiv, ah ja, erstmal umbringen. Erstmal vorher. Ja, deswegen machst du auch Wasser drauf. Gut. Ein guter Plan. Okay. Schnauze. Achso. Du kennst auch nichts anderes, nur Gewalt. Liquid, ich komme. Wir kommen mit Eisgeschwindigkeit. Und zwar nirgendwo hin, weil hier gar nichts ist. Oh, ich bin vielleicht tot. Wollen wir wieder zurückgehen, bevor wir alle tot sind? Eine Idee, ja. Warte, warte, da gibt's sicher noch was. Nein, da ist nix. Sehen wir doch. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ja, deswegen gehe ich so selten raus. Ich finde, du solltest entschieden weniger Drogen nehmen. Kind, du solltest mehr rausgehen. Nein, die Bäume klären mich gerade. Du wahnsinniger Pyrromaner. Das meine ich nicht als Kompliment, auch wenn du das so verstehst. Schade. Hebel. Oh. Hebel aus, warte mal. Äh, das war doch... Erde. Nee, stimmt. Nee, aber wir... Oh man, wir können noch ein Scheiß-Schild benutzen, um die Dinger anzufassen. Und zwar ein Elektroschild. Kann mich einer wiederbeleben, bitte. Wie ist es aus, Alex? Ein Elektroschild? Nee, ein 1 aufs Erde, oder? Ich wusste nicht. Ich wusste nicht weiter, Alter, was machst du da? Wir probieren, das Ding zu betätigen. Warte mal, Kuh? Vielleicht so? Ein bisschen... Ah. Oh, Klappe. Klappe Wasser. Kurz schließen. Ja. Patsch, jetzt sollte jemand unten stehen. Gibt's hier was für Wasser? Oh. Tot. Das ist kein Wasser. Achso, doch, man trinkt ja was. Das stimmt ja. Es stimmt ja. Nicht, dass wir's gerade gemacht hätten. Scheiße hier. Da ist nix. Ja, ja. Da müssen wir's umbrachen gehen. Immer mit der Ruhe. Da ist was. Oh, Lolli starb. Will ich haben. Wirklich. Oder? Du hast ihn gerade runtergeschmissen. Der ist jetzt im Wasser gelandet. Lutcher. Fuck. Hast du ihn? Ach, wie ist das Ätzen? Du hast ihn wirklich ins Wasser geschmissen. Nee, der liegt voll. Der liegt noch da. Wo denn? Ich will jetzt mich. Bei mir liegt der nicht mehr da. Nee, bei mir ist er ins Wasser gefallen. Du bist am Anfang direkt in den Reingefall gelaufen. Wo liegt der denn bei dir? Ganz unten. Das ist doch gar ein Zinkbug. Wir kriegen den dann eh nicht. Also, du wirst ihn nicht aufheben können dann. Ähm, da stand gerade noch Lutcher. Der Sacker, der ist runtergefallen. Nee, der ist runtergefallen. Der ist im Wasser jetzt. Vielleicht wenn wir mal kurz aus dem Bild gehen, was kommt er dann wieder? Glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht. Ahl. Whatever, er wäre bestimmt eh nutzlos gewesen. Ja. Nach oben gehen und gucken, ob der Lutcher wieder auftaucht. Der Lutcher ist neben dir. Der in der anderen orangenen Probe. Zack. Was ein Diss. Ja. Das gehört auch mit zum Magikar. Oh, Errungenschaft freigeschaltet Hexenmeister. Haha. Errungenschaft freigeschaltet Diss. Irgendwann mache ich ein Spiel aufs Team, wo ich eine Errungenschaft deine Mutter nennen kann. Das gibt es 100 pro schon. Wahrscheinlich. Wenn ihr es wisst, ab in die Kommentare. In dem Moment sagt dir einer, ich schreibe es mal. Ja, die kriegt ihr hin. Die kriegt ihr hin. Ich habe mich jetzt nicht überschätzt. Ups. Ich bin tot. Tot, 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 tot. statatatatatatata. Swinger. Alelu. Jetzt bin ich tot. Ups. Ich kann doch keine Heilbomben legen. Das hat mich verdrückt. Ja, ich bin tot übrigens. Boah, die strahlen, alter Schwede. Zerpende. Oh. Ich bin auch ein Kilo. Oh, das ist gut, ich bin wieder weg. Hilfe. Jo. Teleportieren ist was für Anfänger. Boah, wie mich das immer wieder irritiert, der Typ, der mir danach nachläuft. Dieses... Ja, das ist ganz seltsam. Ich sehe den mittlerweile von vorne nicht mehr. Ich historiere den auch immer wieder, aber manchmal fällt er mir dann wieder auf. Und dann denke ich so, waaat. Uncool. Jetzt wurde drüber geredet, habe ich ihn auch wieder. Vielleicht war es bei dir auch einfach bis eben nicht weg, würde mich auch nicht wundern. Äh, einfach weg. Du hast auf Teufel komm raus die Botanik angegriffen und zack, war was. Zack, rächt sie sich, ja. Echt? Weil, dauert nicht lang. So ist das halt mit Vegetariern, ne? Wir hassen Pflanzen. Nicht so sehr, dass wir sie essen wollen. Gibt's doch den Spruch, Vegetarier mögen keine Tiere, sondern hassen Pflanzen, ne? Oder der Spruch, die Natur holt sich, was sie braucht. Kann ich das ab? Ne, kann ich nicht zerstören. Äh. Ja, danke. Steht's auf Teamwork bedacht, Alex. Du bist doch so ein Arsch. Ich hätte es nicht besser sein können. Bin ich doch gar nicht. Ihr seid genauso Arsch, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Ihr seid genauso Arsch. Ich habe einfach nur öfter die Gelegenheit, dazu Arsch zu sein. Warte mal, kann man das da oben noch erwischen? Was denn? Dieses. Nein. Du meinst den Wolf? Nein, warte, vielleicht so. Ich finde es toll, dass er heult. Also. Stimmt, das ist geil. Klappt nicht. Nützt aber nichts. Ja, aber. Wie wir alles kinnen wollen. Oh, what? What? Die nicht. Ups. Wo? Deswegen. Oh. Da, wieder da. Oh, 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 aua. Was zum Geier hast du getan? Stopp wie. Juhau. Oh, Achtung, Bombe. Ui. Lumi, der läuft genau rein. Oh, das ist lezartig. Guck mal, ein Ohachkotzl. Oder wie man das auch immer nennt in allen Sprachen. Ja, es heißt doch, Eichhörnchen heißt doch in irgendwelchen komischen Dialekten, unter anderem Bayerisch. Und ich glaube, entweder Schweizerisch oder Österreichisch. Ohachkotzl. Ohachkotzl. Ein Ohachkotzl. Ein Ohachkotzl. Ohachkotzl. Ein Ohachkotzl. 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 Wisst ihr, dass diese wunderschöne Lichtung eigentlich der perfekte Ort dazu ist, um eine kleine Pause zu machen? Ein Stück? Ja. Ein bisschen zu rasten. Richtig. Ich warte dann hier unten auf den Baumstamm. War ich gerade da, aber. Okay. Schon wieder der Herr vom Ameisenhügel? Was macht der eigentlich schon wieder hier? Den haben wir letztes Mal getötet, oder? Ja. Nie wieder. Okay, ich habe eine Antwort für dich. Ich hoffe, man geht es ersticken, ist klar. Ich habe eine Antwort für dich. Ups. Aber auch voll richtig getroffen. Wir werden in der nächsten Folge herausfinden, was passiert ist. Ja. Ja, bis dahin. Da mag wohl jemand Schluss machen, ne? Ja, ja, ja. Oh, come on! Du, kommst nicht. Ich glaube, einfach mal in dem Stein hier drinstehen. Kommst nicht vorbei, so sieht es nämlich aus, du Pfeife. Vielleicht bin ich auch gar nicht vorbei. Du triffst mich eh nicht. Alter, wie schlecht. Nein, Lumi? Jetzt hier auf meiner Seite. Ich habe so wenig Ahnung von dem Spiel, ich weiß nicht ganz, überhaupt nicht, was ich mache. Also, egal auf wessen Seite ich stehe, ich bin kein Gewinn. Willkommen im Club, willkommen im Club, ja. Oh. Die gehen uns schon schütteln. Ich weiß nicht, dass ich das schreibe. Yes! Okay, ja, dann moderieren wir mal ab. Mal wo ich irgendwelche letzten Worte. Oh, the bug. Oh, bra. Okay, ja, dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns mit Sicherheit in der nächsten Folge. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschülü. Bis zum nächsten Mal.